Hey Brüder, wie geht es uns, Brüder? Packst du? Ja! Das ist super, ich packe online. Gut! Los geht's! Wir freuen uns, dass wir das vierte Mal in Folge, Weihnachten im Schuhkarton, diese fantastische Aktion unterstützen können. Ihr könnt es auch online packen in Zeiten wie diesen. Wir sind überzeugt, dass wir einigen Kindern in dieser schwierigen Zeit oder in dem herausfordernden Jahr wieder eine gute Sache leisten können und ein Kinderlächeln ins Gesicht zaubern können. Patzen und Enoch haben das gemacht, André auch und hier mit der Marsch-Familie. Wir haben auch alles gepackt für euch. Ich hoffe, dass alle euch genießen. Weihnachten dieses Jahr und liebe Grüße von uns hier zu Hause. Frohe Weihnachten!